Wie mach ich denn? Jetzt mach ich das bei B? A A Pahlbox Kann ich zu nah an diesem Bereich? Wo kann ich die denn bauen? Äh, wo kann ich das denn bauen? Hier kann ich das bauen. Wollen wir die hier hin bauen? So hier oben ran Das Terrain ist zu steil. Aber da Meine Waffe ist halt gleich am Arsch. Ich brauch gleich eine neue Keule So Okay, Pahlbox Management Lagerverbesserung Baue Holztruhe. Setze einen Pahl für Arbeiten im Lager ein Okay Okay Okay, kann ich jetzt hier jemanden aussuchen? Achso, das ist mein Team Kann ich den hier wieder beleben? Ich pack ihn erstmal In die Box, ja Ach, der wird da wiederbelebt. Guck mal Jetzt wird der wiederbelebt. Kann der hier arbeiten? Was kann der denn machen? Was kann der? Ach, der kann Im Lager arbeiten jetzt Und wie kann ich dem jetzt was zu Äh Ah, kann ich dem jetzt was zuweisen, was der macht? Äh Erstmal heißt der ganz anders, ja Das ist die Pauli Pauline, ja so Äh, damit fangen wir mal an Was macht die Pauli denn hier im Lager? Äh Ich würde der Pauli gerne Tätigkeit zuweisen Öffne mit Tab Werte erhöhen Ich mach mal Ausdauer, ja So, hab ich gemacht Fange fünf Lampen Ich will aber den einsetzen Wie kann ich den denn Achso, der ist schon da Was hab ich schon gemacht? Und ne Holztruhe muss ich bauen Okay Ne Holztruhe Da muss ich doch an die Werkbank Okay, das ist jetzt aber kacke Die Werkbank steht da voll scheiße Kann ich die auch wieder mitnehmen? Kann ich die auch wieder mitnehmen? Ne, ne? Okay, das ist jetzt gerade doof Äh, okay Kann ich ein Haus bauen? Lagerverbesserung Kann ich ja noch nicht machen, ne? Eine Holztruhe Okay, ich muss erst reinkommen Es gibt hier nämlich jede Menge Sachen Wir können hier Bauwerk Bauwerk Holztruhe Muss ich das erst lernen? Ne, hab ich schon Wir schalten alles frei, ja Wir schalten alles frei Aber wie baue ich die denn jetzt? Mit B? Ach, hier wahrscheinlich, ne? Ah, Holztruhe Ah, okay Ähm Ich würde aber gerne Ich weiß nicht, wie es euch geht Pass auf Wenn ich das jetzt baue Das muss ja auch Sinn machen Das darf ja nicht jetzt einfach Kreuz und quer gebaut werden Ähm Also das Lager Wir machen das gleich nochmal anders Die Werkbank muss auch noch hier irgendwo hin Wir machen das mal hier irgendwo, ja? Pass auf Die Truhe wird hier hingebracht So Und dann würde ich gerne Wir können ja auch zwei Werkbänke bauen Ach, wir haben keinen Stahlschlüssel Okay Was hast du denn da? Was macht der da? Ach, Pauli ist am Ernten Die Pauli erntet gerade Ja, Pauli, mach mal So, pass auf Ich würde Kann ich ein Haus bauen? Infrastruktur Mieses Bett Ah, Holzfundament Okay, wir bauen uns ein kleines Häuschen, ja? Ich weiß nicht, wie es euch geht Ich baue das erstmal das, äh Wo ist am schönsten? Eigentlich ja hier, oder? Wenn wir hier anfangen Okay Ist das rollig? Muss ich da jetzt immer rein für ein Fundament? Okay Wir machen hier eine Hütte Wir bauen hier unsere Hütte, ja? Wir bauen uns hier jetzt eine Gartenhütte So Und dann nach unten, oder? Eher nach oben Ich glaube, eher nach unten ist besser, oder? Würde ich jetzt mal behaupten Ich brauche Holz Okay, ich würde ganz kurz mal pinkeln gehen Und dann sammeln wir uns Holz Dann bauen wir uns jetzt erstmal eine schöne Gartenhütte, ja? Damit wir hier erstmal ein Häuschen haben Wir brauchen nämlich Betten Und Dann brauchen wir neue Waffen Und danach Gehen wir auf die Jagd, ja? Wahrscheinlich erst morgen Aber wir werden heute erstmal das Lager bauen Wir bauen gleich erstmal, so Äh, bis gleich Boah, ich muss erstmal kurz pinkeln Leute Hoch Ich bin hier drüber gefahren Ich bin hier drüber gefahren Wir bin hier drüberвержender Und dann bin ich Vic Da sind wir wieder Wir müssen heute noch die Kiki fangen Ich finde das Ziel des Tages heute ist es Dass wir am Ende die Kiki noch fangen heute Damit wir morgen Morgen werden wir die Biggi und die alle fangen Ja Wir müssen uns morgen Müssten wir die anderen alle fangen Wir müssen jetzt erstmal Holz finden Oder gegen Bäume schlagen Soll doch auch gehen Da brauchen wir auch noch was von Ich mach jetzt bis die Waffe kaputt geht Ist mir das egal Aber ich krieg da gar nichts raus Ich hau da drauf rum Vielleicht ist die Waffe einfach auch schon zu sehr Was ist das für ein Ende Da ist die Kiki Also die echte Kiki Okay die Waffe ist im Arsch Oder Da ist die echte Kiki da hinten Aber ich frag mich Ob wir die angreifen sollten Wenn die drauf ist Wie die Kiki wäre Arsch Ich muss auch schon wieder was essen Sag hier nicht Holz Da liegt Holz Wir brauchen halt Holz Kann ich damit gegen Baum schlagen Okay so kriegen wir Holz Ja das geht Kann ich die Waffe ganz kaputt hauen Okay ne die geht aber nie ganz kaputt Okay das ist schon mal nice Das heißt wir können uns so einfach Holz holen Äh zur echten Kiki Ich hab Angst da rüber zu laufen Muss ich euch sagen wie es ist Ich trau mich grad nicht Ja So was haben wir denn zu essen Äh achso Warte die esse ich Okay Ach ich muss das reparieren ne Aber mir gefällt das nicht Dass ich das jetzt da Kann ich das nicht wieder abbauen Es muss doch irgendwie gehen Dass ich das wieder weg mache oder Okay Egal wir bauen einfach eine neue Ich möchte alles da oben gleich haben Wir bauen jetzt erstmal unser Fundament weiter So Ach weil ich da stehe Wie groß soll die Hütte werden Komm eine Reihe geht noch Wir müssen ja auch eine schöne Gartenhütte haben Ah ich hab schon wieder kein Holz mehr Die soll ich doch fangen oder Aber ich hab schon wieder keine mehr Okay ich konzentriere mich Ich muss mich erst auf eine Sache konzentrieren Oh das Ding ist jetzt aggressiv Oh die kämpfen jetzt Oh was ist denn das Hat er den umgebracht Die Pauli Die Pauli hat den umgebracht Pauli das wollte ich doch gar nicht Aber danke Okay ich muss die Waffe reparieren jetzt gleich Wir machen das jetzt mal Aber das Problem ist Ich würde gerne erst ein Fundament bauen Ich weiß nicht wie es euch geht Das gefällt mir so alles noch nicht Aber wir müssen jetzt erstmal Wir haben keine Wahl Wir müssen jetzt erstmal Auf die Produktion Die Steuerung ist ein bisschen weird Aber komm wir müssen das jetzt erstmal Ich baue jetzt hier noch eine Werkbank hin Dass wir hier eine haben Dieser Pal ist gesund und munter Das ist ja schön So und dann brauchen wir noch eine Reparaturwerkbank Für die mir schon wieder Holz fehlt Oh Alter mir fehlt immer Holz Deshalb aber in dem geht es halt bald auch wieder gut Wir machen erstmal Stoff Weil wir es bestimmt gebrauchen werden So okay Haben wir Stoffkleidung Das ist gut Das wärmt uns bei Nacht Dann ziehen wir uns erstmal sowas an Damit wir nicht mehr so nackig rumlaufen müssen Sonst ist uns gleich wieder kalt Ich glaube Holz sammeln ist vielleicht doch besser Als wenn ich jetzt Paulina hat Stoffkleidung produziert Die Pauli war das Und wo ist die Kleidung jetzt? Da Kann ich anziehen oder? Habe ich die schon an? Ah okay Kleine Palseele Eine Statue Kraft Palsaft Ah wollen wir nicht trinken Eisdrüse Bruchstück Pfeile Einen Bogen können wir uns noch machen Okay das reicht aber erstmal Okay ich baue jetzt erstmal das Fundament Mit unserem halb kaputten Ding Ah Holz Fasern Wo kriegen wir denn die Fasern hier aus dem Baum? Okay Ist mir egal So und dann müssen wir wieder Zack 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 So Fundament ist gleich fertig So okay Das ist schon mal schön Jetzt müssen wir Wände bauen Aber wir brauchen mehr Holz Oder wir bauen uns erstmal ein Bett Dann können wir ja schlafen gehen Kann ich mir ein Bett bauen? Das kann ich ja erstmal hier irgendwo rein bauen Oder? Warte 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 Ich habe mir ein Bett freigeschaltet Mieses Bett Du hast nicht genügend Material Holz Fasern Okay wir brauchen mehr Holz Holz Fasern Okay Wir brauchen mehr Holz und Fasern Selbst dafür Okay wir brauchen Holz Ach scheiße Für alles brauchen wir Holz Das Leben ist ungerecht Aber meine Waffe geht nicht ganz kaputt Ich mache jetzt mit Absicht keine neue Weil ich wissen will wann die ganz kaputt geht Aber anscheinend tut sie das nicht Oh der schläft Kann ich den damit jetzt eine überbraten? Ne lieber nicht Ich trau mich nicht Geben neue Bäume mehr Holz Geben neue Bäume mehr Holz Die geben gar nichts Einmal Holz Okay wir können uns bestimmt noch irgendwie eine Axt bauen oder so In der Zukunft Das wird halt Stück für Stück besser werden ja Heute ist halt nur Wir müssen am Anfang erstmal grinden Damit wir auch dann richtig rein können ja Weil es ist halt wie es ist Ich will halt auch erst ein bisschen Lager bauen Und dann wieder losziehen Wir können jetzt fünf Lammball fangen Aber was bringt uns das Wenn wir keinen Platz haben Wo wir wohnen Ah versteht ihr wie ich meine Das hat ja keinen Zweck Na ich könnte jetzt durch die Lande ziehen Alles fangen und so Aber das macht halt keinen Sinn Ich schlag jetzt hier wie ein Wilder auf Bäumen rum Und hole mir Holz Und Faser Okay da geht's runter Oh Gummoss Ich weiß nicht ob die nett sind Der Besucher ist wieder gegangen Was für ein Besucher Was hatten wir für ein Besucher Ich hätte gern so einen Den hab ich noch nicht Aber ich hab Angst Dass das nicht gut geht Äh ich lass es mal Die bei ein Ei Oh Gott Kann ich den auch wieder einsammeln Ah okay Da ist der Elefant Da ist die Kiki Okay das ist nice Kann ich zur Kiki rüber? Hallo Kiki Oh Na Nein Nein Lieber nicht Level 38 Bist du bescheuert Da bringe ich mich ja um Es gibt halt auch wenig Holz Hier ne Es gibt hier viele Steine Aber wenig Holz Aber mir gefällt das Spiel sehr sehr gut Ich finde das Spiel sehr geil Ich weiß nicht wie es euch geht Ob es zum Zuschauen auch Spaß macht Aber zum Spielen Ich liebe das Das ist wie Shons of the Forest mit Pokémon Finde ich total geil Jetzt brauche ich auch kein Bett mehr eigentlich oder? Jetzt können wir lieber Wände bauen Wir machen lieber Wände Holzwand So wir fangen mal an So in der Mitte machen wir ein Fenster rein Ja Holzwand mit Fenster So Hier mache ich glaube ich In der Mitte auch immer mit Fenster Ja 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 in der Mitte immer mit Fenster Ja schön Wir zimmern uns unsere eigene Gartenhütte So So Ja sehr schön Hallo guten Morgen Ah das wird doch schon Das sieht doch schon toll aus Pauli ich baue dir bald auch ein Bett Ja Kann ich dem eins über Die soll ich ja fangen Ich brauche jetzt solche Sparen Ich muss mir hier was abschlagen Aber mit der Keule kommt halt nichts mehr dabei raus Ich prügel da drauf rum Ich kriege halt keine Teile mehr Ich brauche eine neue Keule Ich komme mit der Keule nicht mehr weiter Ich brauche Holz Wie immer Habe ich euch schon gesagt Dass ich Holz brauche Aber das sieht schon gut aus Unsere Hütte steht schon Es ist sehr holzlastig Ich würde gerne mehr mit Steinen bauen Aber ich glaube das kommt noch Oh Wie viel Holz hat eigentlich ein Baum? Ist der irgendwann vorbei? Oder kriege ich immer noch? Ich kriege immer noch was raus. Ich kriege immerhin dauerhaft was raus. Okay, immerhin. So, das müsste reichen. Ich habe ja auch hier eine Werkbank. Um eine neue Keule zu bauen. Oder eine Spitzhacke. Und das wäre vielleicht auch nice, oder? Oder eine Axt. Komm, wir bauen uns eine Axt. Wir bauen uns eine Axt. Ja, nice. Hier rüste ich die jetzt aus. Hier rüste ich die Axt jetzt aus. Ah. Jetzt habe ich die Axt. Kann ich das jetzt umhauen? Uh. Kein Problem, Leute. Jetzt haben wir es. Warum habe ich das nicht schon viel früher gemacht? Sorry. Jetzt geht's ab. Okay. Ja, ich muss Statuspunkte verbrauchen. Ich muss mehr mitschleppen. Gewicht. Okay, habe ich gemacht. Kann ich noch einen mitnehmen? Aber wir bauen auch. Wir bauen auch erstmal. Ich esse noch kurz was. Denen geht's allen gut. Günther geht's auch noch gut. Die liegen alle hier einfach rum. Catzy Boxpert hat rote Beeren gegessen. Okay, sehr gut. Dem geht's auch wieder gut, oder? Dem Submarine geht's wieder gut. Der Submarine kommt wieder ins Team. Ah, der Submarine ist wieder dabei. Ich würde den hier gerne noch ins Lager ziehen. Geht das noch? Ah, das geht nicht. Kann ich immer nur einen reinziehen? Oder was mache ich mit dem? Ich kann den nicht ins Lager ziehen, leider. Würde ich gern machen. So, jetzt können wir unser Haus erstmal weiterbauen. Sind das hier Treppen? Ja, eine Treppe. Okay, wir machen erstmal Wände. Ja, wir müssen erstmal Wände bauen. Ja. So. Weiß nicht, wie es euch geht. Ich brauche erstmal ein gemütliches Dach über dem Kopf. Damit ich mich wohlfühle, ja? Bleibt auch mal ein Fenster. Wir machen hier erstmal jetzt so. Machen wir jetzt erstmal fertig, ja? Komm. So. Und wir können vielleicht nach oben auch noch ein bisschen ausbauen. Das geht nicht. Okay, das steht nicht auf dem Boden. Okay, dann lassen wir das. Dann müssen wir eine Treppe bauen. Ähm. Holztreppe nach oben. Wo am schlausten hin jetzt? Wo am schlausten hin? Wo ist denn die? Hallo, ich möchte meine... Ah, da. Ja, ist halt das Fenster. Aber wir können halt trotzdem... Können wir noch rausgucken? Ja, gefällt mir jetzt halt nicht. Kann ich die auch wieder wegmachen? Ah, okay. Ah, okay. Okay. Es geht, ist aber nicht so schlau wahrscheinlich. Okay, pass auf, dann müssen wir... Kann man die auch irgendwo in den Raum bauen? Kann ich die nur an die Wand stellen? Das ist ein bisschen kacke, oder? Also finde ich gerade nicht so gut. Sagen wir es mal so. Da hätte ich die auch ungern. Ich würde sie gerne so in die Ecke bauen oder so. Ah, geht. Okay, so geht's. Okay, sehr schön. So, dann können wir nämlich hier noch einen Boden bauen. Wie mache ich denn das? Ah, Holzdach. Ah, okay. Ah, okay. Okay. Okay, das Bausystem ist ganz cool. Und es geht vor allen Dingen schnell. Okay, sehr schön. So. Das reicht, glaube ich, auch schon, ne? Wir machen noch eine Treppe aufs Dach. Die würde ich gerne hier in die Ecke bauen. Aber gerade, wenn es geht. Okay, das ist manchmal ein bisschen weird. Ne, äh. Hallo. Hallo. Ich würde gerne... Hallo, das will ich nicht. So, und jetzt wird's halt interessant. Wie baue ich das denn jetzt da ran? Ne, das muss ja oben irgendwie rauf. Okay, wir müssen noch einen Dachstuhl irgendwie bauen. Wie mache ich denn das jetzt? Äh, dreieckige Holzwand. Und so wahrscheinlich, ne? Okay, dann macht die Treppe aber an der Stelle keinen Sinn. Aber ist egal. Wir machen das jetzt erstmal so. Ähm. So, wir machen das jetzt erstmal und das drehen wir natürlich. So. Und hier machen wir eine vernünftige Holzwand noch hin. Mit... Ohne Fenster. Ja, ohne Fenster. Komm. Da oben brauchen wir kein Fenster mehr. Soll ja auch eine schöne Hütte werden für uns alle. So. Also, die Biggie wird einziehen. Ja, die wird den Hati nehmen. Und die beiden würden hier sofort einziehen. Ah, ich weiß nicht, wie es euch geht. So. Und jetzt kann ich das Dach draufzimmern, oder? Wie seht ihr das? Ich will das aber da oben draufzimmern. Das geht aber nicht. Ich will es nicht hier unten. Ich will es da oben draufzimmern. Oder muss ich da noch was anderes bauen? Holztür. Unten bauen wir noch eine Tür ein. Okay, wir müssen wahrscheinlich noch eine Wand hier hinbauen. Habe ich sowieso vorgehabt. Äh. So. Mit Fenster. Und wir machen hier noch ein Fenster hin. Komm. Wir brauchen hier auch was zum rausschauen. Den Innenausbau machen wir später. Ich wollte mich jetzt auch nicht den ganzen Tag mit Bauern aufhalten. Und hier unten machen wir jetzt halt eine Tür rein erstmal. Andersrum, oder? So. Hier machen wir zwei Fensterwände hin. So. Ah, schön. So, wenn wir jetzt noch das Dach hinkriegen, sieht das richtig geil aus. Aber wie mache ich denn jetzt das Dach? Wahrscheinlich muss ich in der Mitte was hochziehen, ne? Ähm. Äh. Warte. Warte, 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 warte. Muss ich in der Mitte so eine Trägerkonstruktion bauen? Wahrscheinlich, oder? Es eskaliert immer, wenn ich baue, eskaliert es ein bisschen. Ich will eigentlich gar nicht so viel bauen. Aber es macht halt Spaß. Oh, jetzt habe ich kein Material mehr. Okay. Wir müssen jetzt erstmal... Sterbe ich eigentlich, wenn ich hier... Ich traue mich lieber nicht, dass ich gleich tot bin. Wir probieren es bestimmt eines Tages aus, aber nicht jetzt. Wir brauchen erstmal wieder Holz. Nicht, aber nicht darauf krachen lassen. Kann ich damit auch die Dinger abbauen? Ja! Okay, nice. Okay. Ah, sieht aber schon... Das sieht schon gut aus. Die Kiki ist auch schon wieder wach. Okay, ist ja schon. Wer mich aus Sons of the Forest kennt, der weiß, dass ich noch längst nicht fertig bin, ja? Aber ich baue jetzt nicht so viel. Ich hoffe, es gefällt zum Zuschauen, das Spiel. Ich weiß nicht, ob das vielleicht langweilig ist, wenn man nur zuschaut. Also zum Spielen ist es hammergeil. Zum Spielen ist es absolut geil. Hat jemand eigentlich Hunger? Der Submarine hat Hunger. Komm, der Submarine kriegt mal was zu essen. Dafür, dass der schon arbeitet. Ich würde jetzt aber gerne ein Dach noch bauen. Und dann würde ich weitermachen. Aber ich kann halt gerade kein Dach bauen. Doch, jetzt! Ah, okay. 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 Warum geht es nicht? Hä? Ist es jetzt da unten drin? Nein, er hat es nicht nach unten gebaut. Nein, hat er nicht. Okay, das mit dem Dach ist ein bisschen weird. Ein bisschen glitchy. Das bringt mir halt nichts. Aber es ist auch Early Access. Man darf es nicht vergessen. Das Spiel ist im Early Access. Es ist alles gut. Aber es ist... Hä? Es überlappt doch nichts. Okay, pass auf. Wir machen das anders. Vielleicht geht es besser, wenn wir das so machen. So, vielleicht geht es jetzt besser. So, jetzt ist er mit dem Bauwerk verbunden, oder nicht? Da macht er das sofort, ne? Aber hier... Erkennt er die Absicht nicht? Ich will das... Okay, ist das jetzt ein Bug? Weil... Was soll ich denn noch machen? Also, ich habe ja jetzt alles vorgebaut. Wisst ihr was? Wir lassen das erstmal... Wir lassen das hier oben erstmal offen. Das macht nichts. Wir brauchen auch frische Luft. Ich würde jetzt lieber noch ein paar Betten reinbauen. Nach unten aber, damit die unten schlafen können. Halt! Damit die unten schlafen können. Pass auf. Wir bauen lieber noch ein paar Betten. Ein Strohbett. So, pass auf. So, bauen wir hier mal so eine... Okay, es ist leider... Das Platzieren ist leider nicht so cool, wie ich es gerne... Da geht es zum Beispiel auch nicht. Also, es geht nicht so gut wie im Pilates-Tempel zum Beispiel, ja? Weil die müssen ja auch schlafen. Okay, jetzt kann er auch schlafen. Hier, willst du schlafen gehen? Und ich brauche auch ein Bett. Hier unten ist die Schlafstation, ja? Das wird die Liebeshöhle hier. Ach, der hilft mir. Guck mal, wie nett der ist. Die Pauli ist ganz nett. Die hilft mir beim Bauen. Okay. So, Leute. Jetzt gehen wir raus. Was können wir hier noch verbessern? Das haben wir gemacht. Lagerverbesserung. Lagerverbesserung. Baue Futtertrog. Baue Pal-Struhbett. Drei Stück. Okay, wir müssen doch noch bauen. Wir holen uns mal den Baum hier. Aber ich würde ihn ungern ganz absägen. Hallo, was bist du denn? Aber ich habe keine Sperren. Das ist keine gute Idee. Und einen Futtertrog soll ich bauen. Okay, wir bauen noch mal zwei Betten. Sollen wir ja machen. Wir machen jetzt mal wieder das, was wir tun sollen. Das andere habe ich gemacht, weil ich Bock drauf hatte. So, jetzt bauen wir hier noch... Dann bauen wir hier noch ein Bettchen hin. Was ein bisschen weird ist. Ich will das gerne in Reihe und Klieg. Aber das geht nicht wirklich. Doch, da geht's. 20 Sekunden. Na, wir haben aber sonst nichts zu tun. Ha? Er hat Hunger. Die Pauli hat Hunger. Warte kurz. Füttern. Pauli, hier. Bitteschön. Für dich. Mh. Oh, die Pauli hat rote Bären gefressen. Guck mal, wie die Pauli jetzt duftet. Pauli, komm. Emotes. Oh Gott, ich kann tanzen. Das ist ja wie in Fortnite. Ähm. Okay, das reicht. Das reicht. Wir haben es gesehen. Ach so. Okay. Okay, wir können auch tanzen. Hm? Aber das ist schief. Aber ich kann es nicht gerade. Das macht er nicht. Es tut mir leid. Das macht er gerade nicht. Oder ich bin zu dumm. Ist beides möglich. Okay, wir haben drei Betten und wir brauchen Futtertruck. Aber der Futtertruck kommt doch nach draußen, oder? Den Futtertruck würde ich jetzt gerne draußen bauen. Futtertruck. Was brauchen wir denn da? Holz. Okay, wir müssen noch einen Baum haben. Ah, wir gehen noch mal auf Baumjagd. Kein Problem. Hier hauen wir auch noch mal drauf rum. Dann können wir gleich noch ein paar Sphären bauen, weil wir müssen gleich fangen. Wir gehen gleich auf die Jagd. Wir werden gleich noch auf die Jagd gehen. Ah, okay. So, wir gehen gleich jagen. Ah, ist Holz. Das liegt schon so rum. Da ist die Kiki wieder. Ah, nee. Es ist gar nicht die Kiki. Die sah anders aus. Egal. Na, Kiki. Ich fange dich gleich. Geht gleich los. Ich frage mich nur, ob wir die Kiki wirklich kriegen. Aber wir können den Futtertruck doch hier reinstellen. Oder mitten zu den Betten. Ich glaube, das sieht dann ganz gut aus, oder? Also würde ich sagen. Wir machen das einfach mal. Ein Lagerfeuer in der Hütte ist bestimmt auch eine gute Idee, oder? Habe ich da alle reingeschmissen? Ja, mehr kriegt ihr aber erstmal nicht, ja? Also mehr kriegt ihr erstmal nicht. Es tut mir leid, aber mehr gebe ich euch nicht. So, was kann ich jetzt machen? Haben wir auch gemacht. Baue Lagerfeuer. Baue Berengarten. Setze ein Pall für... Aber, okay. Wir brauchen... Wir müssen jetzt mehr einsetzen. Okay, wir müssen jetzt gleich welche fangen. Wir können auch einen Berengarten bauen. Lagerfeuer bauen wir auch. Lagerfeuer machen wir mal hier, ja? Einfach hier rein. Und hier können wir was kochen, ne? Gegrillte Beere. Mh, da haben wir die Pfanne in der Hand. Ah, da wird erstmal richtig schön gegrillt. Mh, gib mir die. Ich will die essen. Ah, geil. Kann ich die jetzt fressen? Wo ist denn die? Da, die will ich essen. Ah, lecker. Mh, pekant. Die war sehr pekant, die Beere. Äh, so. Wo war der Garten? Lager, Pfahl, Strohbett, Holzfundament, Alarmglocke. Wo war denn der... Der Garten? Holzdach. Alarmglocke ist natürlich auch geil. Primitive Werk... Ich will erstmal noch eine Reparaturbank hier aufstellen. Die brauchen wir auch noch. Die machen wir hier neben die Werkbank. So. Und dann müssen wir gleich erstmal ein paar fangen. So, Technologien. Ach, Bärengarten ist noch gar nicht freigeschaltet. Freigeschaltet. Okay. Wohnzimmermöbel. Es gibt auch noch Polstermöbel. Ah, hier können wir reparieren. Reparieren. Unsere Waffen sind gut. Okay, unseren Waffen geht's gut. Okay, Leute. Dann gehen wir jetzt, glaube ich, los. Ach so, ich muss noch Sphären machen, ne? Wir holen uns jetzt mal so ein paar Sphären. Damit wir auch immer was holen können. Und dann geht's gleich los. Okay. Wir müssen ein paar fangen gleich. So, wir gehen hier nochmal rüber. Ich würde ja gerne da hinten das Lama fangen. Aber ich glaube, das ist stark. Probieren könnten wir's. So, okay. Ah, wir haben schon mal ein trautes Heim. Wir haben ein Lagerchen. Das sieht schon mal sehr gut aus bei uns jetzt. Jetzt finde ich's langsam wohnlich. So, jetzt machen wir davon welche. Wie viele können wir machen? Warum kann ich nur eine machen? 16? Ich will davon aber mehr machen. Ich hab doch genug. Ach, ich hab nur drei Holz. Ah, ich brauch schon wieder Holz. Das kann doch nicht sein, wie viel Holz brauch ich denn immer. Das ist eine Frechheit. Das ist bodenlos. Also, der Holzverschleiß ist riesig. Es wird wie in Sons of the Forest enden, dass ich bald keine Bäume mehr um mein Lager rum hab. Ich sag euch, wie's ist. Bei Sons of the Forest hatte ich irgendwann nix mehr. Das wird hier bestimmt auch bald...